hallo und herzlich willkommen zu let's build oder minecraft build oder bildmasters mit mir im selbe und ich habe hier die misle flügel dabei mal jemand neues auf dem kanal genau ich bin ein totaler ich bin das so schlecht ich glaube ich auch hier kann man ja auch schön den boden ändern und so mit dem diamanten und alles mit dem diamanten kann man den boden ändern ja bei change ground change ground ich nehme hier da hat sich doch was getan ich glaube ich habe eine ganz gute idee aber ob ich das hinbekommen in fünf minuten ist natürlich wieder die andere frage ich glaube nicht denn jetzt sind es nur noch vier minuten auch gott unscheißlich aufgefallen dass uns beim master will das unglaublich schwer ist zum moderieren weil man einfach total angeht also ich bin angespannt immer und einfach so dass mich voll konzentrieren ja so geht es mir gerade auch wie zum teufel soll ich eine burg bauen eins zwei drei vier gott eins zwei drei vier fünf sieben acht neun zehn elf zwölf 13 drei minuten alter es vergeht einfach so unglaublich schnell die zeit gibt ja auch neuerdings glaube ich hier auf dem heimplex oder auf hypixel so ein team master will das und dann kann man dazu zweit spielen und hat sieben minuten zeit das wäre einfacher jetzt hier 234 1 2 3 oh ne ich bin so schlecht baukünste hier wieder auspacken ja genau zwei minuten es ist nicht machbar nein hm verbaut ich habe mich verbaut und zwar total verbaut oh ne hey du wirst lachen wenn du meins siehst das coole daran ist man sieht ja als erstes gar nicht wenn man voten muss ähm wer das gebaut hat und dann dann bewerte ich dich ganz schlecht und dann ups hä irgendwie will grad dieser block hier nicht hä was was nee ich schaff das nicht mehr eine minute never ich hab grad mal zwei blöcke gesetzt kann man so sagen das sehen wir ja dann es vergeht echt so schnell die zeit vielleicht kriege ich ja noch gute votes für die idee ja kommt nur noch my eyes is bleeding bestimmt ach nö ich ich warum auch ne burg nix einfacheres all wie ein apfel oder sowas super du meinst ganz süß eigentlich na oh mein gott so oh oh mit einer flagge das ist süß das kriegt von mir it's ok kriegt von mir am äh ja ok ne a good a good gibt's eindeutig a good ok es ist eine eine alte burg mit äh äh meh ach so das hier soll dann der oh ich hab gar nicht vergessen zu wo ich hab vergessen zu voten ok eine eine mycel burg oder was eh die ist aber eingerichtet auch finde ich wieder ok weil es eingerichtet ist ich hab zum beispiel überhaupt gar nicht geschafft irgendwas einzurichten das man steht hier ein fein wow das sieht schön aus krieg von mir amazing hast du gebaut nein nein das ist wirklich super schön und das ist eine wasserburg die idee finde ich gut mit okay meine burg ist alles also sie ist anders als alle anderen das ist der beste tipp wo du gleich erkennen wirst wahrscheinlich dass es meine eine ruine finde ich auch ganz cool weil es mit einer burg zu tun hat das stimmt oh ich habe vergessen zu voten geil ohne sandburg also also ich würde sagen gut das ist everything is awesome bei der sandburg hier wirklich awesome das war deins meine book ist anders seine sandburg und das hier ist ein tor aber hier ist keine burg nice idea wilson stone oh ja vergessen zu voten weil ich die den chat gelesen habe und das hier ist ein anfang an der burg das ding ist nur man versucht immer viel zu krass zu bauen versucht immer viel zu viel zu wollen und dann ist die zeit zu ende voll gerne das spiel das erste mal master bilder sind schon auch nö mega gewonnen ja ich bin mir der burg nicht so glücklich hoffentlich kommt jetzt ein apfel oder sowas der muss man auch was man muss auch was mal und bauen können in minecraft das aber einfacher als eine burg ja ja vielleicht so jetzt bin ich gespannt ich habe angst ich habe keinen plan wie ich ein dino machen soll ich habe eine idee aber es scheitert wahrscheinlich gleich an der umsetzung von dem her so komm schon und ich habe jetzt schon meine probleme und ich habe erst fünf blöcke gesetzt ich habe echt keinen plan wie ich habe echt keinen plan wie ich ein dinosaurier bauen soll was für themen ja richtig schwer eigentlich vor allem in der zeit immer wieder diese zeitsache wären es zehn minuten oder könnte man so geile sachen bauen ja ein bisschen mehr zeit können sie ergeben aber gut kann man nichts machen wo sind die spielregeln das stimmt ok ich weiß jetzt schon dass ich wie heißt es mein eyes are bleeding hier alles kaputt und so ja ach nö alles wieder von vorne wie viel zweieinhalb minuten ich habe mich nie für dinos interessiert ich weiß nicht mal wie so ein teil aussieht das ist schlecht aber ich interessiere mich da auch nicht wirklich für aber naja du weißt bestimmt wie eins aussieht ja du weißt ja wo auch wie die ungefähr ausschaut oder nicht unbedingt oh oh ach nö ich versuche es mal wenn ich pech habe dann hast du pech dann habe ich pech übertrieben pech so kann man hier noch irgendwas anderes machen irgendwas schönes ne minute noch oh 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 ach gott so mal wieder hier richtig gut man kann auch so effekte äh äh effekte ja effekte ja genau alles klar kann man auch noch hinzufügen und so ist eigentlich ganz cool gemacht mal gucken ob ich da hier einen effekt finde äh Partikel Partikel oh ich glaube da kriege ich jetzt nicht mehr leider naja ist eigentlich ganz süß das ist ein das ist ein krokodil aber sieht auch geil aus ist okay ja ist wirklich okay kann man mal lassen dann warte mal ab bis du mein siehst Joa, äh, okay, nee. Ich mein, hier ist zwar alles so schön gemacht und so, aber, ach so, oh mein Gott, ich hab ihn von der falschen Seite, von der falschen Seite angeguckt. Das ist ein Weißer. Der ist ein bisschen dünn hier, ne? Aber, bin ich eigentlich auch cool für das, in der Zeit halt, weißt du, weil es relativ groß ist. Ja, also es sieht echt geil aus. Hey, wie geil ist der? Das hört aus wie ein Chamäleon. Aber finde ich eigentlich auch sehr gut. It's okay. Du lachst schon so, denkst dir, ja, er kommt nicht meins. Oh, geil. Geil. Okay. Everything is awesome. Der sieht cool aus. Wir sind Alien-mäßig, ne? Ich hatte jetzt schon Angst, dass es deins ist. Der sieht süß aus. Der schaut wirklich süß aus. Everything is awesome. Eat the gaming cat. Okay, der schaut nicht wie ein Frosch aus, also ist es nicht dein, ne? Ist doch süß. Süß ist er, ja. Ach. Ach, sieh mal an. Ich hab ihn noch ein bisschen geändert. Wa- What? Äh, okay. What? Äh. Gut. Ich mein, das ist auch eher ein Alien, ne? Ich mein, das ist süß, aber es ist ein Alien und kein Dino. It's okay. It's okay. Bisschen langer Hals und so. Ja, geht schon. Ich mein, so welche Dinos soll es ja auch mal gegeben haben, von dem her. Ah. Irgendwann muss doch mal deins kommen. Hm. Das ist bestimmt deins. Nein, ist nicht meins. Okay. Aber wenn ich explodier. Ich weiß nicht, könnte... Wie geil. Nein. Wie geil. Du, du, also ich, also... Ich wusste nicht, wie ich ein Dino bauen soll. Die anderen haben es da auch hingekriegt. Ich bin schon wieder letzter. Oh, ich bin zweiter Platz. Letzter, geil. Das muss man auch erst mal schaffen. Auch sehr gute Leistung. Du wolltest letzter werden, ja? Oh man. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, meine Baukünste. Ich muss noch einiges lernen. Dann würde ich sagen, äh, ah ja. Missle Flüchsli findet ihr in der Beschreibung. Dann sage ich, Yay. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.